Aus hier, ich noch weiter falsch zur Musik mitpläre. Ist doch alles nicht mehr heilig hier. Hast du mein Brot essen? Wo kam die Skelett-Tante her? Was kommt da rein? Da kommt links rein, da kommt das rein, dann kommt das rein. In die Kiste kommt die Nahrung rein. Das sieht ja hier auch alles so noch ganz gut aus. Ach ja, hier kommt dann das rein. Die Blöcke hatten wir alle hier festgesetzt, die können erstmal da rein. Da hatte ich ja noch gar keine von drin. Der Sand kann erstmal hier rein, hier kann erstmal Holz rein. Und die packe ich jetzt erstmal hier so schön in eine Reihe. Das kann auch in eine Reihe, das ist der beste Schild ever. Also nach dem anderen besten Schild ever, dem hier natürlich. Ob ich den mitnehmen sollte? Na, ich nehme mal den hier mit, der ist ja auch schon genial. Knochen von Jochen, die kommen da rein. Wassereimer nehme ich mal mit wegen der Lava. Die Spitzhacken, weiß ich nicht, ob die reichen. Ich glaube, ich mache mir noch drei Stück. Ich nehme mir dann hier sicherheitshalber noch ein Ersatzschwert mit, oder? Bin mir nicht sicher, ob ich ein Ersatzschwert mitnehmen sollte. Ich mache es einfach mal wie die zwei in Klamotten. Gar nicht gut, dann brauche ich hier so einen Projektilschutz und ein Köpperschiff. Und ein Helmsche. Und eine Kettenpanserle. Oh Gott, habe ich Herzklopfen wegen dem Creeper da unten. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Machen wir das mal so. Bisschen so übereinander. Ich mache mir ja dann noch eine Spitzhacke. Und dann muss ich mir noch überlegen, was für Steine ich mitnehmen sollte. Irgendwelche Steine muss ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Und Holz muss ich mir mitnehmen. Holz. Holz war hier. Ich mache mir jetzt hier einfach mal so einen Haufen. Könnte ich Kohle mitnehmen? Ich bin mindestens hier. Wo war denn nochmal Kohle? Kohle. 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 Da. Ich nehme mal ein bisschen Kohle mit. Hier sind ja nicht mehr so viele drin. Das ist ja nicht mehr so episch. Gut. Sollte ich Glas mitnehmen? Ich habe ja nicht mehr so viel Glasbücherregale. Brauche ich nicht zäune? Brauche ich eventuell auch nicht eine Kiste, um irgendwelche Sachen einzupacken, um mich dann umringen zu lassen. Das ist auch nicht so gerade der Plan, den ich hatte. Den restlichen Cobblestone nehme ich auf jeden Fall noch mit. Soll ich noch irgendwas aufleveln? Spitzhack. Ich habe so viel zum Aufleveln, nicht mehr die Diamantstiefel. Komm, das probieren wir einfach mal. Ist doch egal. Die Level verschwenden wir jetzt einfach. 15 Level. Das ist doch eine ganze Menge. Haben wir es mal hier rein? 13. Ich will einfach 15 haben. Genau 15. Nicht 13. Nicht 14. Sondern 15. Nicht 12. Nicht 14. Ich will doch nur 15 kleine Level haben. Oh, Liebesbuch sei so gut. Nein. Nein. Ist ja genauso wie Bilder aufhängen. Unglaublich spannend und aufregend und abwechslungsreich. Komm, wir hatten doch schon mal 15. Das weiß ich. Wir haben mich schon mal genau 15 Level verschwendet. Da. Federfall. Das ist super. Federfall Level 3. Das ist richtig klasse. Ach, okay. Die Sonne geht da bald unter. Dann sollten wir vorher nochmal in unserem Häuschen schlafen. Und einfach unser Herz klopfen. Ein bisschen beruhigen. Damit wir nicht völlig gacker werden. Ich könnte ja auch noch mehr fischen und ein paar Fische machen. Aber ich weiß nicht. Sollte ich? Es dauert so lange zu fischen. Ich schaue lieber dem Sonnenuntergang zu. Oh Mann. Was für ein aufregender Tag. Am schlimmsten war eigentlich das Skelett da unten. Und nicht die, ähm, die, ähm, ja, Spinnen. Die Spinnen waren eigentlich überhaupt nicht schlimm. Das Skelett hat mir viel größere Sorgen gemacht. Es war viel schlimmer. Ja, ich mach das mal so hier. Ne? Wehe dir. Wehe dir. Wehe dir. Ich erlebe nochmal sowas. Ich kann mich noch nicht ins Bett legen. Die Sonne muss erst richtig am Unterglubschen sein. Improts und Musik mit Ich will, dass die Sonne untergeht. Ich will ins Bett. Hallo. Jetzt aber. Guten Morgen. Okay, dann, also jetzt ins nächste Dungeon. Freiwillig. Ganz mutig und tapfer stellen wir uns dem Kampf. Hopp. Und nach unten. Ich hab echt jetzt, ich hab echt Sorgen, was da noch kommt. Was kann denn da noch kommen? Hopp, hopp, hopp. Was kann, hopp, hopp, hopp. Was kann da noch kommen? Kein Skelett, kein Skelett. Kein Skelett. Ich meine, was kann uns denn hier noch erwarten? Hihi, Lichtglitsch. Howdy, Partner. Wir sind hier, nee, voll mit fatten Cowboys. Wir werden es schaffen, diese Problemen zu lösen mit den Dungeons. Ich glaub, ich mach wieder irgendwie so eine Dark-Playlist. Nee, ich mach die epische Playlist an. Ähm. Das ist die epische Playlist. Mal gucken, ob mir dazu dann ein bisschen mehr einfällt. Außer... Mi, 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 hopp, hopp, hopp. Mi, mi, mi. Mi, 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 es geht in meinen Tod. Ich will noch nicht sterben. Doch leider steht uns das wieder bevor. Hm, 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 hm. Wenigstens sterben die Viecher da unten auch. Oh, wie viele denn bitte? Wie viele denn bitte? Irgendwie zufällig Gold an der Decke oder so. Nee, ich muss ja schon mal gucken wegen dem Gold. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Hat der Creeper einfach einfach... Hat der einfach den Creeper gesprengt? Ach den... Ach Gott. Was denn das sein? Ich hätte hier besser ausleuchten sollen, würde ich mal nebenbei... Fallen sie da hinten bitte in die Lava. Da war doch noch ein Vieh. Ich habe doch auch noch einen Creeper gesehen. Ich will da nicht reinfallen. Ah, ein Bogenschützen-Tupi. Hi, Mimimi. Aua. Ein Fehlerfall ist gut. Aua. Hier finde ich viel sicherer. Hm, guck mal, wie sicher ich hier bin. Haha. Der Typ stirbt. Haha, der stirbt. Hier bin ich ja so viel sicherer. Hier sind aber keine Spawner oder so, ne? Uh, was ist denn da? Okay. Kannst gar nicht wissen. Da drüben sind auch Creeper. Vielleicht sollte ich doch wieder die Kampf-Playlist anmachen. Moment, Moment, Moment. Die waren ja noch nicht fertig. Bisschen leiser vielleicht. Sterben alle da drüben? Das gefällt mir. Sterbt auch alle, Mann. Das ist mir so egal. Ich werde euch sowieso mit meinem Schwert durchbuchen. Aua. Okay, doch nicht. Wer war das? Sie waren also mein RR. Sie kriegen auf die Fresse. Ja, schießen Sie nur. Ist mir doch egal. Gucken Sie nur, wie ich Ihnen ausweiche. Ganz elegant. Bis er nicht mehr auf mich getriggert ist. Also hier ist auf jeden Fall schlecht. Ich gehe nach unten. Aua. Aua. Iiii, ist schon wieder so dunkel. Dann ging es doch irgendwo hier lang. Richtig. Hier war das Dungeon 14. Dance above the flame. Okay. Ich tanze überhalb der Flammen. Ich tanze überhalb der Flammen. Überhalb der Flammen tanze ich. Natürlich. Ich tanze natürlich überhalb der Flammen. Ja, das sehe ich doch auch. Siehst du das nicht so? Ich weiß doch, dass es so sein wird. Du, 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 du. Ähm. Passt da nicht mehr rein. Verdammt. Na gut, die Sachen können ruhig verbrennen. Was kann er noch verbrennen? Die Fackeln. Ich bräuchte einen Bogen. Ich bräuchte einen Bogen. Ich brauche dafür eine tote Spinne. Moment, die gehen ja wieder zu. Ich brauche dafür eine tote Spinne. Eine zumindest. Eine tote Spinne. Ja, das kriege ich doch hin. Ihr wird doch irgendwo sich eine Spinne opfern lassen. Für die Seide. Jetzt, wo ich... Da habe ich 100.000 Trillionen, Billiarden, Millionen Spinnen gehabt. Und jetzt suche ich eine. Da drüben habe ich rote Augen gesehen. Aber das ist auch noch mehr als... Ach, da ist eine. Komm, bitte, 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 bitte. Sie müssen mir jetzt beide droppen. Ich brauche ganz viel davon. Oh toll, jetzt habe ich der Zombie gesehen. Oh toll, jetzt habe ich ganz viele Zombies gesehen. Oh, das ist ja super. Einen Daumen hoch. Einen Daumen hoch, ey. Stirb. 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 Stirb überall. Meine Seide. Das ist aber meine Seide, ne? Stecken sie sich nicht dahinter. Kleines, widerliches Fossil. Stirb. Stirb. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ganz viele Creeper. Oh oh. Ganz viele Creeper. Ganz viele Creeper. Ganz viele Creeper. Extrem viele Creeper. Oh oh. Ganz monstermäßig viele Creeper. Kommen die denn alle her? Da kommt jetzt nichts von hinten, ne? Gut. War da nicht noch eine Spinne vorhin? Ich kann schwören. Aua. Hilfe. Aua. 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 Da ist Kohle. Aber kein Gold. Ja. Steht doch da rum. Ist mir doch egal. Mir doch egal. Doch hier sind Spawner auf jeden Fall. Oder so. So würden die ja nicht runterfallen. Spinne. Ich brauche noch eine Spinne. Ich habe nur eine Seile gekriegt. Ich brauche noch eine Spinne. Hast du eine Spinne für mich? Ach gutchen. Gibt es hier ohne eine Spinne irgendwo? Gibt es hier irgendwie eine Spinne? Hat jemand eine Spinne für mich? Hat jemand eine Spinne für mich? Was wird sich denn da? Was ist denn da so? Was ist denn los? Ich würde nicht gezischt. Aua. Na gut. Dann wird hier halt gezischt. Aua. Oh fuck. Verdammt da. Creepy Monster. Mich anspringen. Creeper. Aber keine Spinnen. Ich sehe keine Spinnen. Nur Creepies. Hui. Alle Creepies fliegen hoch. Oh. Da oben kommen die her. Dann. Wir rennen mal hier hin. Zu dem da. Und hauen die mal auf die Fresse. Die können noch nicht zu. Ah. Die Spinne ist ja super. Super. Ich freue mich. Wehe. Du machst die Items weg. Hätten die was fallen lassen? Hier hat nicht mal was gedroppt. Oh oh. Ich bin auch so gut wie tot. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh oh. Oh oh. Noch ein Pfeil und ich bin Geschichte. Oh. Die hat mich verfehlt. Oh. He. 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 Oh. Das ist eine Spinne. Super. Esse ich noch eins. Ich war ja aber knapp. Mensch. Honey. Was machst du denn auch? Dropst du zwei Seide für mich? Dropst du zwei Seide für mich? Hier in der Zwischenzeit hätte ich auch nach Hause laufen können und locker einen Bogen holen können. Dropst du zwei Seide für mich? Dropst du für mich Seide? Machst du das? Bist du so eine Liebe? Dropst du für mich Seide? Ah. Bist du so eine liebe Spinne Spinne? Jawoll. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich finde ja mögen mich ja doch. Okay. Wäh. Gripale. Seitdem der tötet mich jetzt. Weh. Sie tötet mich mein Herr. Verschwinden sie aber schnell. Okay. Ups. Er ist in die Lava gefallen. Aus Versehen. Es war schon so. Oh. Da durchrennen. Erinn, renn, renn, renn. So ist gut, da kommt jetzt keiner mehr durch. Okay. Da mache ich mir jetzt erstmal einen Bogen. Wie war denn das nochmal? Das war doch irgendwie genauso. Gut, dass ich keine Pfeile dabei habe. Das war total unnötig. Ich glaube, ich muss noch mal nach Hause. Ich glaube, die lasse ich einfach hier, die Sachen, und... Och, Mann, oh. Wisst ihr was? Ich zeige euch, ich cutte jetzt einfach und renne nach Hause und hole Pfeile. Ja, das macht es viel einfacher. Bis gleich. Ich habe nämlich keine Lust mehr. So, da sind wir wieder. Gut, ähm... Projektilschutz, Federfallschutz, Atemenschutz. Das bringt uns hier bei der Lave überhaupt nichts. Ich habe Pfeile geholt. Am. Vielleicht hilft uns diese Taste hier ab. Ups, das ist die falsche Taste. Vielleicht hilft uns die hier ab und zu mal. Ähm, wieso schleiche ich jetzt? Die sind jetzt kaputt. Oh, meine... Achso, meine Feststelltaste ist eingerastet. Okay.